Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und sollte euch heute so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Quests und dann Dragonflight und hier haben wir das Achievement, die Hütte brennt und für dieses müssen wir folgendes machen, löscht 100 Feuer im Durchdringungslager und ja, wo müssen wir da hin? Wir müssen einmal in das Azublaue Gebirge und dort muss hier dieser Führerangriff sein. So wie das aktuell aussieht, zwitscht er immer zwischen Unara und dem Azublauen Gebirge und wenn der hier ist, dem Azublauen Gebirge, dann haben wir ein paar Quests und unter anderem bei diesem alten Tusker-Kollegen gibt es die Quest Unterschlupf unter Wasser und dafür müssen wir ein paar Feuer löschen. Jetzt ist es so, dass wir da einfach so einen Balken auffüllen können und ja, dieser Progress zählt halt dementsprechend auch hier für das Feuerlöschen. Das Problem ist, wenn ihr einfach nur die Quest macht, habt ihr nur einen kleinen Teil, deswegen habe ich es so gemacht, dass ich meinen Twink in eine Gruppe eingeladen habe, dann einmal einen Schlachtzug draus gemacht habe und dann zählt quasi für die Quest, dass der Progress nicht weiter, aber fürs Achievement trotzdem. Und das Witzige ist sogar, ich kann die ganze Zeit hier Feuer löschen, ohne dass sie ausgehen und das zählt fürs Achievement trotzdem hoch. Jetzt drücken wir mal hier eine Fähigkeit, Moment, da zählt es jetzt nicht hoch, aber hier, wenn wir draufzählen, seht ihr, es zählt jetzt hier die ganze Zeit hoch, 92, 96, 98, zack, fertig und hier zählt es nicht hoch. Wenn ihr natürlich dann die Quest fertig machen wollt, geht ihr einfach wieder aus dem Schlachtzug raus und könnt dann die Quest fertig machen. So könnt ihr sogar einfach nur auf ein Feuer draufhalten und euer Achievement relativ fix machen, also das ist eine sehr angenehme Geschichte. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht, heißt, ihr braucht den Führerangriff hier, ihr müsst die Quest bei den Kollegen annehmen, Unterschlupf unter Wasser und dann einfach hier mit einem Schlachtzug die Flammen löschen. Das war es eigentlich schon mit dem kleinen Achievement Guide, habt euch gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!